Lärch und Partner, Ihren Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem Immo-Tipp. Wir sind in Ilnau beim Projekt Alfblick und bei mir ist der Rolf Flacher von der Impuls Immobilien. Was genau entsteht denn da? An der Alpenstrasse wird das Haus, das wir im Hintergrund sehen, abgerissen werden. Es werden moderne 4,5 bis 6,5 Zimmer Häuser realisiert. Die Zufahrt wird dann, wie wir es hier sehen, über die Alpenstrasse sein, wo Sie das Auto direkt in der Tiefgarage parkieren können. Auch eine E-Ladestation ist vorgesehen und von dort her haben Sie dann auch den Zugang direkt in Ihr Haus hinein. Kann man etwas genaueres zu diesen Häusern sagen? Ja, die Häuser sind modern ausgestattet. Sie haben schöne Terrassen oben. Also praktisch der ganze oberen Bereich ist Terrassen, wo Sie dann eine wunderschöne Berggesicht haben. Auch von dem Budget her sind wir da sehr gut unterwegs. Sie können in den jeweiligen Ausstellungen dann die Küche auswählen, Platte bemustern und haben da sehr gute Möglichkeiten, Ihre Wohnung oder Ihr Haus so auszurüsten, wie Sie wollen. Wir sind jetzt hier in Ilnau. Was genau kann man zu der Lage sagen? Ilnau liegt zwischen Winterthur und Zürich. Sie haben natürlich sehr gute Erschliessung. Sie haben Bahnhofe, Schulen, Freizeitanlagen, Bäckereien. Sie haben eigentlich alles, was Sie wollen. Auch die Autobahn Einfahrt ist in ein paar Minuten eigentlich erreichbar, wo Sie dann Richtung Zürich oder Richtung St. Gallen gehen können. Und wo kann man sich jetzt melden, wenn man Interesse hat an diesen schönen Häusern mit dieser Aussicht? Sie können auf die Homepage gehen, alpblick.ch oder Sie können mit uns telefonisch Kontakt aufnehmen. Gerne stellen wir Ihnen ein Projekt vor und zeigen Ihnen die Möglichkeiten vom Innenausbau, was Sie noch wählen und was Sie noch ändern können. An traumhafter Lage mit Blick auf die Alpen entstehen in Ilnau insgesamt vier grosszügige Einfamilienhäuser. Das Projekt Alpblick umfasst Ecke- oder Mittelhäuser mit 4,5 und 6,5 Zimmern, mit grossen Dachterrassen und gemeinsamer Tiefgarage. Wenn Sie selber mitbestimmen wollen, wie ein Bodenbeläge, Küche oder Bad für Ihres Traum zu Hause aussehen soll, dann ist das in der aktuellen Phase des Projekts noch vollumfänglich möglich. Ilnau ist zentral gelegen, mit direkten Anschlüssen auf Winterthur und auch unweit entfernt von der Stadt Zürich. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich in G-Distanz und auch Kinski, Schule und Bahnhof sind in der Nähe. Melden Sie sich jetzt und erfüllen Sie sich Ihren Traum vom Eigenheim. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.immobilientraum.info. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung. Auf Wiedersehen!